Schwer Regen. Kann nichts erforschen, das wäre es richtig. Was brauche ich denn alles für da, dafür brauche ich, ich hoffe wir die ganze Zeit für den Kack, ah, hierfür nicht, dafür brauche ich das, also hier Leiter Platine, dafür brauche ich hier Helium, ach guck, das ist, nur wer Leiter Platine finde, das geht ja gar nicht, schöne Scheiße. Nichts ja Luft. Das scheint alles ganz zu sein soweit. Hier ist auch alles ganz. Ich bin nicht da. Wir werden mal weiter fahren ein bisschen, weil hier muss ich nochmal zurück, nochmal zurück hier hin. Vielleicht ist Pistalia noch so was fertig. Ah, ich wollte gucken, wie die Sachen, überhaupt nicht ganz sind die Sachen. auch, jetzt ist notwendig. Okay. Tschüss. Achso. Oh, es ist okay. Gut. Oh, es ist okay. ist auch alles ganz was ich noch nach dem vertrieb wir gucken kurz auf der noch alles ganz ist, dann gehts los hier ist alles ganz, da ist alles ganz, der da ist auch ganz, okay, sehr schön Hier fliegen wir nochmal das nächste Mal hin Da müssen wir jetzt auch mal markieren Das ist ja nicht schlecht Zu markieren wäre echt nicht schlecht die Idee Hat sich beruhigt, sehr schön Ist auch alles okay Dann muss ich noch hinten gucken kurz Ist auch okay Kann ich den markieren Irgendwie Gut Tank haben wir genug Trinken und sowas Naja mal gucken Ich glaube wir haben hier noch was drin Aufheben Trinken habe ich noch was Essen Kann ich noch das Essen machen Ja Genau was habe ich noch machen So Wir wissen jetzt noch Wo ist das noch hin Einzige hier Wir fliegen mal kurz Gerade zu Und dann Da hinten runter Ich fliege noch Helium da Oops aber ich bin voll schlafen ja 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 ich brauche noch eine Flasche wir fliegen gleich wieder zu der Stelle zurück, aber es ist für euch langweilig wenn ich hier weiter an der Stelle bleibe deswegen habe ich es nicht gemacht, habe ich es auch nicht geändert doch j 00 doch Ein bisschen Rohstoffe sammeln. So, das reicht erstmal. Ich lege kurz mal hier um die Umgebung da eben kurz. Jetzt hier auch nämlich Helium liegen, 1, 2 Flaschen, 3 Flaschen, also ein paar Flaschen Helium sind hier, vielleicht kann ich mein Schiff dann erhöhen, vergrößern. Gut, dann fliegen wir wieder zurück. Gehen. Das war's kaputt jetzt hier. Wir fliegen. Okay. Okay. Someone has been. Okay. 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 habe ich schon gesehen gehabt, noch mehr davon hier war noch Helium irgendwo da und dreimal Helium noch mehr Helium irgendwo irgendwo hier geht es noch weiter runter da geht es noch runter irgendwie Frage wo es hier runter geht da sind auch noch Helium ich gehe erstmal hier runter ja Helium ach leider das leider ok da komme ich leider hier rein ok up up auf 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 ach guck mal da kann ich die scannen bitte lass mich die scannen auf 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 siehste gut dass ich hier hingegangen bin gut dass ich hier hingegangen hä nach da unten trinken trinken freue ich euch noch nicht nach ich weiß dass ich vergriffen bin aber ist auch nicht schlimm So, dann kriegen wir wieder zurück, wo wir hin und her gekommen sind, ne? Oh, hab ich mir das überlegt gerade. Autsch. Was, 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 was? Ne, die will ich obligerst haben hier. Okay, dann kann ich natürlich mit Spawnen oder hab ich noch was mehr. Möglichkeiten. Das ist kein Wettbewerb. die ist auch fast leer oder 40% naja gibt noch ich habe noch batterien da so haben wir auch gemacht du hast ein kisten reinpacken die diese halte ich war wegen den armbrust die das so wären jetzt so viel rein auch 100 rein so erst mal trinken aber alles haben wir jetzt ein bisschen besser wieder vom platz her und von den sachen kann ich die erste 20 kalt ihre wagen die radik nach sehen da wollen wir gucken helium kraftstoff die helium sachen das ist schmutzwasser das muss ich noch was das ein poster dass wir noch aufhängen gleich das kommt hier bei der richtigen platzmäßig viel platz habe ich hier richtig war so viel verbraucht die größer geworden ist jetzt größer kann sein kann es sein dass es dann auch die großartig gemacht worden ist jetzt hier kommen wir so vor dann auf 06 398 9 schwer recht also poster aufhängen da ist 1 da ist ein schönes poster projekt oxygen sehr nice der wo sie reparieren naja wir fliegen wir zurück zu unseren vorher waren so wir fliegen hoch und da müssen wir drehen und hoch und dann drehen wir mal rum und dann Aber wie lande ich denn da am Bess? Ach, höher geht nicht. Hohoho. Höhe. Höhe. So geht's zurück. Achso, das war jetzt. Jetzt weiß ich, wofür ich das haben wollte. Für eine große Sauscheflasche. Dafür wollte ich das haben. Hallo, willkommen. Wir gehen immer kurz runter und holen die Sachen eben noch von unten. Dann schauen wir euch eine große Sauscheflasche her, Schildkrieger. Lass mal hier rein, Sachen mit das. Und ich... Lass mal alles leer machen hier. Ich bin mal getrunken. Wofür geht nicht da rein. So, meine Kisten sind größer geworden. Also der Update hat gebracht, dass Kisten muss das sind. Das ist gut. Auch in nur einer Reihe, aber es sind drei Fächer mehr zum Überlegen. Könnte ich mal machen, wäre nicht schlecht bestimmt. gut. Hopp. Mal mal nicht. Wollen wir jetzt noch hoch. Oh. Fühlt sich... Fühlt sich sicherer. Fühlt sich sicherer. Fühlt sich sicherer, weil ich da richtig draufstehe. Als wenn ich da so halb draufstehe. So. Ach, so ist das fertig, ne? Ja. Sehr schön. Ok. Muss ich mal gerade gucken, hier. Da ist nicht... Langverwässerung. Da füllen wir Helium. Habe ich nicht Helium gehabt? so zu ein lager ist hierher hier hinten da er hat auch nicht alle geräumt das ist aber cool dass die größer gemacht haben endlich mal das war auch sehr klein ihr wollt verhalten die wo nicht weg machen diesen kram hier den da einverhalten ich mir noch in essen und die haben die wenngel größer gemacht die reinpassen ich muss halt die vergiftung mal weg machen gerade ich mache gerade kurz die vergiftung weg so trinken kann jetzt gar nicht so so hallo willkommen schön dass ihr da seid welcome 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 to forever skies ich wollte die große flasche machen die große flasche wurde gemerkt das ist neu hier standort aber da habe ich ja schon können sich ein paar bauen den kann ich auch bauen den habe ich schon das habe ich auch genau ein paar von scanners habe ich auch noch riecht dass die vergiftung weg heute gucken die könnte ich ja bauen sogar war ach die haupt platine ne genau die haupt platine und ich wollte ein größeres dings haben die sauerstoffflasche eigentlich größere sauerstoffflasche ja 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 also zwei sachen die haben wollte große sauerstoffflasche und das andere war diese szene hier das könnte ich glaube die haupt platine habe ich einen dabei kann ich die bauern die haupt platine ok da muss ich noch einen davon haben das machen wir mal das geht was brauche ich dafür elektrische element elemente elektrische elemente elektrische elemente habe ich da was von kann ich das machen von uns hier finden scheiße die habe ich schon elektrische elemente habe ich gut was brauche ich dafür ja für die elektrische elemente die elektrische elemente kupfer und sind sie sonst was keine ahnung kupfer 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 habe ich hier diese brauche ich da einmal und kupfer habe ich auch da so machen wir es mal ein elektrisches elemente klub da haben elektrisches elemente schön schön das kann und er jetzt das habe ich jetzt brauche ich noch platte 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 da das das reicht nach oben das was die ganze zeit nicht brauchen dass ich so für so viele sachen brauchen das ist schon hart jetzt kann ich was bauen das war ganz kurz weil wir schon wieder besser haben brauchen was haben das muss ich noch mal machen haupt platina eine haupt platina haben wir auch auch erfunden machen wir das auch die haupt platine ja doch ja doch so jetzt haben wir auch die haupt platine erfunden dann schauen wir zurück mit der haupt platine können wir fast so energie kristalle und polymeer energie kristalle polymeer so 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 die haupt platine und die haupt platine die kann ich auch hier drin machen die haupt platine da zwei sachen habe ich schon was finden noch leiterflatte noch zwei es ist echt schwierig das herzustellen das herzustellen Plastik und like to the boat dial und da fehlt noch Plastik aber ich habe Plastik dabei zum glück einiges noch Plastik wie geht es euch überhaupt so ich hoffe doch gut Plastik 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 Toll keine Plastik Oh habe ich jetzt keine Plastik Zeug doch habe ich da 25 so Kandidat zusammen wieder Plast gespart na es muss ich gleich wieder so Plastik habe ich und es blitzt unter einer Trance da guckt man auch wenn wir das Schiff reparieren so kann ich jetzt kann ich jetzt kann ich wie du wie du scheiß haupt platine haupt platine haupt platine Ich brauche auch ein bisschen länger als ein Motherboard. Finde ich? Wow. Jetzt aber. Jetzt aber. Lass mich bauen. Auftrag erfüllt. Ich muss die Kohlungsinstelle gleich. Rüttner rein am besten. Irgendwas, die in den Tee überlegen, ne? Dann kommt ja hier oben. Erforsche die Tunnel. Okay. Stelle eine Viren. Das habe ich jetzt gehört. Ja, es dauert aber ein bisschen, ne? Das Analysegerät. La la la. Und sonst so. Alles gut bei euch. Ich habe heute arbeiten. Die nächsten drei Tage. Also, was heißt, Donnerstag, Freitag und Samstag muss ich arbeiten. Das kann ich heute auch noch nicht so lange machen, sondern bis halb zwei, zwei. Nicht so lange wie sonst. Oder für Samstag wieder bis drei. Oder halb vier. Aber erst Samstag. Heute erst mal, ne? Ein bisschen kürzer. Eineinhalb Stunden kürzer. So, wo kann ich mit mir reinstellen eigentlich? Ich will es nicht vor die Bilder stellen. Ich kann dafür hier reinstellen, bitte. Ja doch. Okay, oder? Ja. Vier. Was ist das groß? Da muss Batterie rein, ne? Habe ich jetzt Glück. So. Kann ich nicht. Kann ich das da rein machen? Nein. Kann ich das da rein machen? Nein. Das nein. Das nein. Wiererprodukt. Ach, vielleicht. Ich muss wieder essen. Ich habe ja hier so komische Dinge drin. Das darf auch immer. Die hier. Ich glaube, wenn ich die so esse, dann bin ich mir verwirrt. Dann habe ich wieder ein Problem. Analyse. Chromavirus. Größe aufladen. Okay, dann machen wir gleich das Kleine hier. Erstens der Zentrifüge. Zentrifüge. Zweite. Drittens. pH separieren. Ich weiß ja nicht, was ich mache da. Ah, okay. Sauer. Neutral. Alkalisch. Oh. Ja, was bringt mir das jetzt? Virus-Extraktor. Wozu ist jetzt gut? Kann mir einer sagen, wofür er gut ist? Der Virus-Extraktor. Ich habe, ich weiß nicht, pH ist, aber niedrig. Dann machen wir jetzt mal neutralisieren. Neutral. Ja, was freut mir das denn jetzt? Kann ich jetzt irgendwie was anderes machen, was machen? I don't know. Ich weiß sie nicht. Wie voll ist die Batterie jetzt noch? Ich muss essen. Die Batterie hat noch... Okay, anscheinend geht die Batterie gar nicht leer. Das ist gut. Ach so, ja. Aha, aha, aha. Ich muss was essen machen. Ich weiß. Da sollte das die essen, aber wenn ich es koche, kann man es essen? Ich muss einen Fisch finden, eigentlich. Ich weiß nur, was kocht man das nicht? Ich weiß. Aber ich brauche was essen. Und ich brauche... Schlafen muss ich auch? Trinken muss ich auch noch? Mal gucken. Überprüfe das Virus-Forschungs-Menü. Überprüfe das Viren-Forschungs-Menü. Überprüfe die Tunnel. Überprüfe die Viren-Forschungs-Menü. Was für ein Forschungs-Menü. Was für ein Forschungs-Menü soll ich prüfen? Wie mache ich das? Mal gucken gleich. Wir kochen erst mal ein bisschen. Dann gehen wir noch mal rein. Das Ding rein unten. Ich muss noch die restlichen Sachen groß holen. Trinken. So, ich möchte noch ein bisschen mehr Trinken machen. So, Trinken machen wollte ich. Das heißt, ich möchte hier kurz hin. Und dann trinken. Ja. Das ist, wir prüfen hier. Analysieren. Mittel. Positiv. Sagt Mittel, ne? Größe. Klein. So, dann soll ich dann hier positiv machen. Okay, geht nicht. Also, nochmal. Klein. Klein. Negativ. Und alkalisch. Nein. Ich muss noch gucken. Also. Klein. Negativ. Nicht alkalisch, sondern sauer. Neutral. Auch nicht. Auch nicht. Also süß. Also nicht. Nochmal. Klein. Äh, guck mal. Äh. Negativ. Und alkalisch. Neutral. Neutral. Ich weiß. Neutral. Also. Ne啦. Habe ich ja versucht. Ne. Ne. Neila. Ne. Ne hillter. Ne. Ne. Ne tunnels. Aber fassen wir mal positiv. Okay. Prost. Negativ. Und neutral. Geht nicht. Also neutral geht nicht. Das ist pH-neutral. Negativ. Dauer. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wie ich das machen soll. Ich muss noch mal was erklären, warum das gehen soll. Ich prüfe das Ganze. Machen wir positiv. Aber nicht so fliegt oder raus. Nicht aufgröner. Ah, okay. Klein. Positiv. Klein. Nein. Positiv. Ja. Negativ. Alkalisch. Ich muss das Essen und Trinken überhaupt. Groß nur versuchen. Nicht aufgeladen. Nicht aufgeladen. Das hat er funktioniert. Und alkalisch. Ich tritt ein Ding runterfinden. Groß. Das ist nicht aufgeladen. Ich트CKed. Pot. Pas. 는데. Neat. 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 ���みたい. Neat. Small Force. Treinte. Leitre. 品. Meitre. conne. Neat. Leitre. Neat. Neat. Vielen Dank.